Ja, wie ist da? Was will sie? Keine Ahnung. Sie hat mich gebeten, sie abzuholen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Die Frau bringt nichts Gutes. Mein Gott, sie sieht hier aus wie ein geropftes Hund. Ja, sie sieht wirklich nicht gut aus. Offenbar wurde sie rausgeschmissen. Glaubst du ihr das? Ich weiß es nicht. Wir müssen aufpassen, Erich. Und warum kreuzt du hier auf? Wir haben gedacht, du kommst nie wieder. Nastja. Untertitelung des ZDF, 2020